Hallo Minecraft! Willkommen zurück bei Skyfactory! Joa, Macfisto ist gerade privat ein bisschen arg eingebunden an diesem Wochenende und deshalb muss ich hier alleine bauen. Aber es gibt mir auch die Zeit mal wieder richtig zu bauen, ja? Und nicht immer, wie leider so oft, so... Ja... Wie soll ich denn das sagen? Oh nein, jetzt sieht... Äh, die Leute nicht zu verletzen. Verdammt. Wie will das man brauchen? Ähm... Einfach konzentriert zu arbeiten, ja? Nicht so... Nicht so lasch. Hm... So, ähm... Und wir machen uns dran, einen Infusion-Altar zu bauen. Von Towncraft. Ich hab mir gedacht, ich mach den hier zum Silverwood. Strange whispers the revolved secrets of you. Okay... Äh... Ich mach das hier hinter die... Der Silverwood-Bäume. Weil's da, glaub ich, ganz cool aussieht. Und wir brauchen eine Grundfläche. Braucht der von... Sieben mal sieben... Zwei... Vier... Sechs... Was haben wir da denn? Sieben? Zwei... Sieben... Fünf... Sechs... Sieben... Ja... Okay... Dann machen wir aber... Im Gesamten, glaub ich... Elf mal elf... Zwei... Vier... Fünf... Äh... Was? Zwei... Vier... Zwei... Vier... Fünf... Nein... Fünf... Neunzehn... Elf... Dreizehn... Na, dann müssen wir dreizehn machen. Wenn der das so will... Ups... Zuuu... 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 Und... äh... Macfisto hat auch irgendwas gemeint... Von wegen... Ja, da brauchst du volles riesen Ding... Weil da muss unterirdisch noch irgendwie... Hier so... Zombie-Köpfe hin... Damit ich den effektiv nutzen kann... Vier... Sechs... Zwei... 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 Dreizehn... Äh... Deshalb wird das einfach doch ein relativ großes... Skipp... Bilde... Bin ich jetzt schon zu weit... Drei... Drei... Ja... Ich hoffe übrigens, dass euch die Videos, die ich vom Urlaub gemacht habe... Gefallen haben... Sind jetzt schon alle draußen... Soweit... Ähm... Da habe ich ja eigentlich... Ja... Waren jetzt... Waren jetzt ein paar Videos... Ich habe es einfach mal ausprobiert... Ja... Ähm... Man weiß ja nicht, wie es wirklich ist... Wenn man es nicht selber ausprobiert hat... So... Flock... Mäßig... So... Meine erste Nase juckt... Ähm... Hm... Hier... Zentrum... Da machen wir mal eine Fackel... 1... 2... 3... 1... 2... 4... Ja... Ich glaube, ich gehe nochmal zwei weiter... Ne... Falscher... Falscher Ding ist hier... Ah... Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht... Glaublich... Auf der Seite darf ich ja bloß einen rausgehen... Jetzt warte mal... Wir zählen jetzt... 2... 4... 6... 8... 10... 12... 14... 15... 10... 12... 14... 15... 10... 12... 13... 14... 15... Ja... Ist das jetzt zu viel? 10... 15... Eier... Um 20 riechen... 23... 15 draußen... 454... 254... 26 丈... 25% 259... 257... 259... 269... 269... 206... Rudauf... 258... 268... 139... 279... ...sel... Ich fliege ja durch den Hover-Mode, fliege ich nach unten. Ich kann den ja nicht feststellen wie ein Angel Ring. Ist das manchmal ein bisschen nervig, weil du fliegst dann immer runter und dann bist du irgendwann zu tief und du kannst keine Blöcke mehr setzen. Aber wir brauchen den Infusion halt da eben, um uns gut zu equippen. So, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat, wie viel Reihen ich unten drunter brauche. Drei haben wir jetzt, machen wir vier. Es lag immer irgendwie, ich weiß auch nicht. So, ich glaube das reicht. Und, dann müssen wir hier noch ausleuchten. Ich habe ja keinen Bock auf Besuch. Auf Besuch habe ich einfach keinen Bock. Ja, äh, Ark kommt wieder. Ich habe mich entschieden, ich mache mal wieder ein paar Folgen Ark. Ähm, kommt ab Montag. Ähm, alle zwei Tage. Auf Captive habe ich jetzt mal verzichtet, ja. Ich muss wirklich sagen, ich gucke so ein bisschen, was die Resonanz von euch ist. Und wenn die nicht gegeben ist, dann stampfe ich halt wieder ein Projekt ein. Und ich muss sagen, bei Ark war das wirklich arg wenig. Äh, Quatsch, bei Captive war das arg wenig. So. Ich habe mir gerade schon ein bisschen, äh, Amber geholt. Ja, Bernstein. Und damit würde ich dann ein Infusionall da bauen. So, zack, 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 alles weg hier. Ähm. Oh, du. Ich muss... Ich würde ja mal wissen, ob ich den schifeln kann. Amber Bricks. Ja, sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. Ich lasse die mal. Ich lasse mal ein paar von denen und ein paar von denen. Und dann gucken wir mal. Ja. So, hier den Weg wollte ich auch noch anders machen. Äh, ich muss vorsichtig sein mit meiner Stützer, gell? Aber jetzt war nämlich ganz schnell das weg, was ich nicht weghaben will. So. Ich glaube fast für den Weg hier... Für den Weg sind die Bricks besser. Da kommt natürlich auch noch Glowstone rein da hin. Ich muss gerade mir hier wieder die Mitte markieren, sonst, äh, vergesse ich das wieder. So. Und dann sieben. Zwei, vier, fünf. Ja, das ist falsch. Oh, jetzt kriege ich gerade hier, äh... Skype-Nachrichten. Aber das werde ich nach der Aufnahme gucken, bzw. beantworten, weil das ist relativ wichtig. Ich bin gerade am Gelegen, nicht? Hier mit dem Amber-Baum. Ne. нов ist klar. Hier mit meiner Reiseilung. Wie lange wird es zu Hause kommen? Er ist noch so viel, ich denke, dass ich hier schaue. . Ich bin gar nicht zu Hause. Ich bin gar nicht zu Hause. Boah, ich bin ja fast drüber rausgeflogen. Ich glaube, das könnte am Ende ganz cool aussehen. So, und dann kommt immer noch mal so einer hin. So, ja, und hier kommt der Infusion-Alter rein. Dann müssen wir hier dann nur noch ein paar Glowstones oder so verstecken. Machen wir natürlich eine Repainting-Machine. Und dann können wir hier eigentlich... Können wir das doch auch mit denen machen. Hier noch nicht, aber ab hier. So. Das Coole ist, dass der Amber... Hier sieht man so ein bisschen, ja. Der hat so einen leicht durchscheinenden Effekt. Das finde ich ganz cool. Hier kommt auch noch ein Ding dahin. Und hier kommen überall gepaintete Glowstones rein. Alle hier. Hier oder da, ist ja wurscht. So, dann gucken wir mal. Out of range. Hier geht's. Fans. Fans. Fünf Stück. Das ist ja nicht viel. Hier. Eigentlich sollte ich ja die Wand hier ein bisschen anders machen. Hm. Äh, Panne. Panne. So. So. Muss ich nur gucken, dass ich ihn nicht zu tief oder zu hoch ansitze. Nein! Wenn man davon spricht, dann passiert's. War ja klar. Nein! Mann, was machst'n du? Bro. So. Hier noch. Und dann müssen wir auch wieder den anderen nehmen. Dass wir das hier unten wieder ausgleichen. Und dann passt's. Ja, dann sind wir im selben Design wie überall. Dafür fällt mir. Jetzt gucken wir gerade mal in unser... Moment. Wir schüsseln erstmal das Zeug wieder zurück. Und dann. Und dann. Und dann. Ja. So. Wollen wir noch mal kommen. Ähm. Und jetzt muss ich immer... Muss immer suchen wo das ist. Weil ich check das irgendwie nicht. Hier. Infusion. Arcan Stone. also stone und eine schad, das haben wir doch da, von welchen haben wir am meisten? Moment, ich muss glaube ich zurück schissern, sonst geht das nicht, davon wird man glaube ich einen ganzen Haufen brauchen, von den Arkansteinen, deshalb schreihe ich auch davon nicht ab, da ganz viele zu machen, dann brauchen wir noch unseren Zauberstab, der ist schon wieder leer, meine Herren, einmal das hier und dann, schon wieder vergessen, ach ne, andersrum, 16 Enderperlen sind wir uns kein Problem, zack, geht nicht, hä? Ach, ich brauch da, Colored Stone, ach so, ich muss doch erst andersrum machen, hab ich's doch richtig gehabt, Mann, 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 hab ich's richtig und dann mach ich's wieder richtig toll, immer lieber fünfmal arbeiten, guck hier, geht doch, oh, und das ist ein Haufen, kein Wien mehr, ok, was ist denn jetzt, packt es irgendwie rum, so, dann braucht man nur 10 Stück und dann bauen wir das noch so, 40, haben wir nicht, haben wir nicht, müssen wir uns erst besorgen, so, hier, Perdiccio, Perdiccio, ich spreche das immer ein bisschen falsch aus, ich weiß, bin halt da nicht gut drin, was brauchen wir noch, Terra bestimmt, ja, Terra da war, irgendwo in der Richtung, irgendwo hat man nochmal Terra, oh, dann machen wir da auch noch gleich voll, was brauchen wir da noch, noch ein bisschen Ignis, so, ich glaub, der ist wieder voll, und hier, ja, fehlt noch ein bisschen Ordnung, das ist mir jetzt grad mal, piep, egal, oh, ich bin, äh, ein bisschen zu hoch gekommen, egal, äh, wir verschwenden grad wie, ich hält, ja, so, brauchen wir doch gar nicht 40, brauchen wir viel weniger, na, 4, ach so, wie viel brauche ich denn davon, okay, colocar 1, okay, Stonebricks brauchen wir zwei, vier. Runmatrix brauchen wir eine. Brauchen wir nur eine von? Doch dafür bräuchte ich mehr. Oder habe ich umsonst so viel gemacht? So, dann brauchen wir noch ein paar von denen hier. Ah ja, da kommen aber immer... Gut, wie viel brauche ich von den Pedestals? Einen da. Und dann aber noch vier außen rum. Wobei man dafür, glaube ich, deutlich mehr hinstellen kann. Eins, zwei, drei, vier. Warte, wir fangen hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hui, zwölf, dreizehn. Oh, ausgegangen. Okay. Ja, das war es auch von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory. Da hinten kommt unser schöner Arcana Infusion Altar hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich da weitermache. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020